Jetzt das Sony Stereo Mikrofon mit der Sony Alpha 6000 in Verbindung. Das Mikrofon ist im Low Cut Modus. Die Sony Stereo Mikrofon mit der Sony Stereo Mikrofon ist in der Kamera der Sony Stereo Mikrofon. Untertitelung des ZDF, 2020 Heute möchte ich mal das Sony Stereo Mikrofon an der Sony DSC-HX50 ausprobieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020